Jaina gegen... Rapham, der größte aller Archäologen! Werdet Zeuge der ganzen Macht des Stabes! Ihr habt es so gewollt. Während der Stab sich auflädt, ist Rapham unverwundbar. Danach können wir ihn für kurze Zeit angreifen. Wenn wir an der beschworenen Kreatur vorbeikommen. Wir durchsuchen das Museum nach nützlichen Gegenständen. Meldet euch, wenn ihr etwas davon brauchen könnt. Das war's. Der Stab ist beinahe soweit. Macht euch bereit! Hahahaha! Überwältigende Macht! Endlich frei! Als Belohnung gewähre ich euch einen schnellen Tod! Der uralte Fluch! Der Stab hat sich überladen! Das ist euer Moment! Der Stab! Der Stab! Der Stab! Der Stab! Der Stab lädt sich erneut auf. Bald haben wir eine weitere Gelegenheit. Der Stab ist fast wieder bereit. Aufgepasst! Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Endlich frei! Als Belohnung gewähre ich euch einen schnellen Tod. Eeeh! 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 Niemand stiehlt unsere Geheimnisse! Eeeh! 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 Ich werde in der Strahlung betet um. Wer ist? 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 Wer ist?